Ja, wir haben jetzt hier die Videoaufnahmen vom roten Rathaus, wo der seltene Gullitaucher gesichtet worden ist. Das befindet sich hier direkt im näheren Umkreis des Neptun-Dons. Und wir waren eigentlich davon ausgegangen, dass alle Gullitaucher mittlerweile geknechtet worden sind oder in Gefangenschaft geraten sind. Wir werden ihn nur noch einmal verfolgen und wie wir jetzt hier sehen, hat er mit seiner Arbeit begonnen. Das erste Mal, wie es hier von Augenzeuge berichtet worden ist, ist er jetzt hier aufgetreten, nachdem es einen kräftigen Wolkenpuff gegeben hatte und der Platz hier überflutet war. Und ja, nun schauen wir ihm erstmal ein wenig bei der Arbeit zu. Eine sehr ausgeklümmelte Technik, die er hier verwendet und daraus schließe ich eben auch eine sehr große Erfahrung, die er hier mitbringt. Zu dem Zeitpunkt, als der Gullitaucher hier erschienen ist, war auch die Aktionskünstlerin Frau Gute Donner vor Ort und hat auch natürlich direkt die Kamera draufgehalten. Danke hier für die tollen Gullitaucheraufnahmen hier auf jeden Fall. Und auch sie hat persönlich mit der Gullitaucher gesprochen und hören wir uns das jetzt einfach mal an. Der ist verstopft oder was? Ja. Das ist ja schon mal in der Zeit so. Du machst die Arbeit von anderen Leuten, ja? Das machst du jetzt. Einer muss mich aber schon kümmern. Das ist ja schon mal in der Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017